Now I'm Magnetfishing in Amsterdam! Hier ist er wieder Magneto am Start und wo ist er? In Amsterdam, im verdammten Amsterdam, das gibt's doch gar nicht! Und heute bei Magnetfischen mit bei mir, wuuuh, it's Wimbro! Yeah! Und Magneto in Amsterdam! Oh yeah! Vom Wims Treasure Adventures! Check him out! Also, er hat übelst coole Videos, ist öfter mit Bonner unterwegs und ihr könnt das hier so lang klicken. Ich verlinke ihn unten in der Beschreibung, da könnt ihr mitgucken. Und wir sind total gespannt. Wir haben hier einen richtig geilen Spot. Hier sind öfter Magnetangler, man sieht noch Reste, aber das soll nichts bedeuten. Es kann immer noch was drin sein. Und von daher bin ich total aufgeregt. Das erste Mal Magnetangeln in Amsterdam! Okay Wim, was finden wir? Was können wir hier finden? At least one of Bikes. Bikes? Bikes? Maybe guns. Maybe safe. Trash. Oh yeah! I like Trash. And a lot of stuff. Maybe phones from tourists. Coins. Coins. A lot of Coins. Seid gespannt. Okay, drückt uns die Daumen und viel Spaß mit dem Video. Ahoi! Bis gleich beim ersten Wurf. Ahoi! Ahoi! Junge, Junge! Mein erster Magnet in Amsterdam! Jihah! So viel Plastik! Was? Ich weiß nicht. Eine Belle! 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 Eine Belle aus den Niederlanden! Jaaa! Meine erste Fahrradklingel! Ha! Geil! Klasse! Hier ist irgendwas, was ich nicht leicht raushebe. Aber ihr seht die Blasen vielleicht. Da unten babbelts ordentlich rum. Okay! Ein guter Fahrradklingel! Ein guter Fahrradklingel! Oh, schau mal! Oh, schau mal! Ist das hier etwas drauf? Nein, das ist kein Fahrradklingel. Es ist etwas voll drauf. Das ist eine gute Münze. Die kenne ich noch nicht. Oh! Das sind bestimmt alte zwei niederländische Pfennige. Also, das ist eine richtig schöne Münze. Hoffen wir mal, man sieht's. Nicht in den Niederlanden. Okay. Elisabeth vielleicht? Ah, vielleicht ein bisschen englische Köln. Meine Augen sind nicht so gut, Mann! Okay, Elisabeth! Die zweite. Es muss englisch sein. Ja, englisch. Cool. Vielleicht ein bisschen zum Penny oder so. Ja, ja. Kann sein. Ja, ja, ja. Wir können jetzt in England gehen. Ja, ja, ja. Let's go to London. Das ist ein Motorbike. Das ist ein Motorbike. Das ist ein Motorbike. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein Motorbike. Das ist ein Motorbike. Das ist ein Motorbike. Das ist ein Motorbike. Aber das ist zu klein. Ja, das weiß ich. Das war nur von meinem Mann. Das Motorbike. Das ist kaputt. Oh, ich habe den Motorbike. Können wir ihn in den Binnen? Ja. Können wir mal den ersten Müll wegmachen? Vielen Dank. Ja. Du bist so willkommen. Oh mein Gott. Wir füllen es mit Wasser, um es zu verleiten. Dieses Mess. Mach ein Mess, clean ein Mess. Ja. Wenn ihr das spüren könntet. Das ist ein Gefühl. Ah, nee. Das ist hier vom Hotel. Yellow Sea Amsterdam. Oder vielleicht von der Bike. Yellow Bike. Ja, ja, ja. Rent-Bike. Was ist das? Ach, hier. A Rape. Hier so eine E-Zigarette. Oh, noch eine andere Münze. Die habe ich noch nicht gehabt. Schaut mal her. Ganz kleine. Zehn. Eine Krone. Cent. Das ist interessant. Das ist eine Krone. Das ist eine Krone. Das ist eine Krone. Ja, das ist eine Krone. Das ist eine Krone. Das ist eine Krone. Fahrradschloss Nummer 8 heute oder so? Bike Log Nummer 8. Cool. Gute App. So was sollten wir auch mal machen. Eine Müllabhol-App. Das ist eine Krone. Sorry, sorry. Oh, sorry. Hier habe ich eine Krone gefunden. Hier habe ich eine Krone gefunden. Dann können wir etwas höher gehen. Ok. Wir haben noch ein paar Beine. So, jetzt sind wir am neuen Spot. Wilma hat uns hier was rausgesucht. Es gibt so viele Brücken. Und man kann es überall versuchen. Und, wir werden es auch versuchen. Hoffentlich bleiben wir nicht so hängen. Sieht auch nicht so aus, als wenn hier Boote wären, wenn wir uns in Acht nehmen müssen. Jetzt bin ich Magnet-Fischung in Amsterdam! Mein erstes Fahrrad und ein schönes Fahrrad! Wenn du einen Fahrrad hast... Hast du eine Runde? Nein! Wie stehst du? Der erste Fahrrad des Tages! Das ist kein schlechtes Fahrrad! Das ist kein schlechtes Fahrrad! Das ist kein schlechtes Fahrrad! Ich stelle mich aber auch an! So, Fahrrad Nummer eins! Der erste Wurf! Das war der erste Wurf! Das ist kein schlechtes Fahrrad! 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 Und ich habe einen Handy-Holder! Ein Mobilfone-Holder! Das ist ein Keeper! Ich denke, das ist ein Wind-Bike! Ah, ein Wind-Bike! Ein Leihfahrrad! Cool! Es dauert drei Jahre in Dresden, um das erste Fahrrad zu bekommen! Also, ich würde sagen, es ist auch wieder angeschlossen! Warum nicht? Bike Nummer zwei! Wir sind dabei! Juhu! Das gibt es doch nicht! Zwei Würfel, zwei Fahrräder! Was ist hier los? Fetzt! Wilma hatte gerade noch einen Amsterdam-Regenschirm! Ich will gar nicht wissen, wenn man da an die Brücke rankommen könnte! Aber da stehen halt ganze Fahrräder davor! Wie viele Fahrräder da unten liegen! Auf jeden Fall ist es hier schön! Und die Blasen kommen, die Blasen kommen! Nee, das ist was anderes jetzt! Was ist das denn? Eine Wasserleitung! Das ist wieder ein typisches Plaste! Kommt im Müll! Oder Baugerüst! Baugerüst oder Wasserleitung! Ich dachte schon, jetzt kommt der dritte Wurf und gleich ein Fahrrad! Was ist das denn? Was ist das denn? Vierter Wurf! Erster Wurf! Erster Fahrrad! Der dritte Fahrrad! Das ist ein altes! Okay, okay, okay! Ich habe ihn! Das ist Fischung im Entrydack! Wim! Was ist passiert? Das ist unglaublich! Ich glaube es nicht! Drei Fahrräder! Ja, natürlich! Let's try this! Ist es noch locket? Ah, es ist nicht locket! Ich kann es versuchen! Okay! Okay! Driving down the street! With my brand new bike! Yo! Wim! Vielen Dank für mich! See you later! Ich würde sagen... In Deutschland und Fisch da! Ja! Bye, bye! Ich muss nach Deutschland gehen! Bye! Bye! Wrong way! Sehr Germany! Ja!